Nach einem iranischen Angriff auf sein Territorium hat Pakistan seinerseits das Nachbarland attackiert. Das iranische Staatsfernsehen berichtet, dass bei einem pakistanischen Angriff auf ein Dorf in Grenznähe drei Frauen und vier Kinder getötet worden seien. Pakistan spricht dagegen von Präzisionsangriffen gegen Terroristenverstecke. Die Maßnahmen von heute Morgen wurden aufgrund glaubwürdiger Geheimdienstinformationen und drohender, groß angelegter gegen Pakistan gerichteter Terroraktivitäten ergriffen. Die Aktion ist Ausdruck der Entschlossenheit Pakistans, seine nationale Sicherheit vor allen Bedrohungen zu schützen. Der Iran hatte am Mittwoch einen Luftangriff auf pakistanischem Gebiet ausgeführt, bei dem den pakistanischen Behörden zufolge zwei Kinder getötet wurden. Die Attacke habe sich nicht gegen Pakistaner gerichtet, sondern gegen die sunnitische Dschihadistengruppe Jaish al-Adl, erklärte der iranische Außenminister. Er nannte Pakistan eine Brudernation des Irans. Jaish al-Adl wurde 2012 gegründet. Der Iran macht sie für zahlreiche Anschläge in den vergangenen Jahren verantwortlich. Pakistan und der Iran werfen sich immer wieder gegenseitig vor, Extremisten von ihrem Territorium aus agieren zu lassen. Afghanistan Nichtun Vielen Dank.